Ich muss bei dem ganzen Gelaber sowieso erstmal versuchen rauszuhören, ob da irgendwann mal ein Panzer gemeldet wird. Hast du die denn alle auf voller Lautstärke? Ich mach dir mal so leise. Als Commander ist manchmal ganz wichtig. Vor uns. Oh ja, ich hab's gesehen. Du kannst durchschießen mit der HWC. Jaja, der ist da weitergefahren. Der ist rausgeschossen, ist auch schön. Mach mal kaputt, 10 Tickets. So ist es gut. Der ist weg. Panzer, 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 Attack Mark reicht rechts. Ich bring uns nochmal hoch. Stopp, 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 stopp. Fieger hat Ziel drauf. Ist ein normaler Sherman. Turmkranz weg. Ich hab ihn rausgeballert. Da fahr aber neu. Ja, normaler Sherman. Treffer. Jetzt pushen. Jetzt kommt der wieder nicht aus dem Quark aus. Ja, ja, alles gut. Fahr hier rechts auf die Straße gleich. Oder ne, fahren wir hier gerade hoch auf den Hügel. Vielleicht sehen wir ihn dann noch. Oder ich über die Büsche. Ich weiß nicht, ob der zweite Schuss getroffen hat, aber... Glaub schon, dass der getroffen hat. Die Frage ist, was ist mit dem Panzer passiert? Er ist nach rechts weggefahren. Ah, da steht er noch. Ah ja, dann hat er doch sehr gut getroffen. Ja, brennt komplett. Hat der zweite Schuss doch gut getroffen. Jaja. Oh ja, da liegt auch Leichen. Sollen wir uns jetzt an den Kampf dran stellen? Oder willst du trotzdem an die Stelle fahren? Ich mein, wir können den nächsten jetzt abfangen von Süden aus. Der wird bestimmt wieder da runterfahren. Hm. Ah, das Schauspiel guck ich mir jetzt noch an. Wenn der ganz schnell bis zum Movemark. Okay. Aber wir sind... Höchstwahrscheinlich kaputt. Langsamer. Ach, so langsam ist der gar nicht, das geht echt ruckzuck. Ah, und die haben noch ein bisschen respawnzeit, vielleicht klappt's. 20 Sekunden. Also wenn er die gleiche Richtung fahren wollte, dann müsste er uns hier irgendwann mal langsam... Da müsste er eigentlich schon da gewesen sein, würde ich fast behaupten. Ich glaube, ich hab keinen Recap dabei. Die Straße! Vor uns? Jaja. Okay, ich geh rein. Treffer. Sehr schön. Firefly. Oh ja. Oh, da hat's das Ast reingeklappt. Ich glaube aber der... Ja, der ist weg. Hä? Weil das ging drüber. Lul. Der steht doch noch auf der Straße, oder? Jaja, der steht da noch. Alles gut, ich krieg ihn. Der Typ ist rechts in den Busch rein. Der wird uns jetzt bestimmt scouten wollen. Naja, wir gehen auch direkt weg danach. Ich schieß ihn voll in die Wanne. Vorne. Durch! Ja. Was? Ja, einfach genau drauf halten. Beim nächsten Schluss würde ich grad schon mal zwei Meter zurücksetzen. Der ist durchgeflucht. Bleib mal stehen. Bis wir ihn wirklich haben. Ihr spart die Drehzahl schon mal hoch. Wir fahren vorwärts weg. Ja, jetzt... Jo, jetzt ist er geplatzt. Das war die Ammo-Box. Fahr... Halt mal rechts irgendwo in die Büsche noch Metall in. Vorsichtshalber. Falls der Typ da noch rum bleibt. Ja, ich fahr jetzt rechts raus aufs Feld, ja. Muss halt nur umladen. Ich seh da hinten MSB, stopp mal. Ja, stimmt. Oh, jetzt hab ich den Busch davor. Ja, bisschen weiter, 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 noch weiter, 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 stopp! Sitzt echt tief, ne? Mhm. Boah, drüber? Hm, boah, ne. Ha, sah ganz putzig aus. Als wärs durchgeflogen. Jetzt ist weg. Boah, kann's sagen. Muss ja erstmal dran gewöhnen. Ganz viele! Alles voll! Attack mark! Einfach schießen! Du homies'n tracked! Schieß einfach, wie wir wollen. Das ist alles voll! Das ist alles voll! Das ist alles voll! Das ist alles voll! Ich steig aus, ja? Ja, ja! Ja, ja! Warte, ich bin an der FOP! Ich hab's denn nur die Ketten raus. Eigentlich alles gut. Äh, ich bin tot! Mann, Ryan, alter! Ich seh gar nix mehr. Warte, ich spawn am MSP neu. Bist du noch drin, Frank? Panzer! Panzer! Panzer 12! Panzer 12! Panzer 12! Panzer 12! Panzer 12! Ja, komm Ja! Er muss nur umladen! Wir haben doch n AT da! Warum macht der nichts! Wir machen keinen Schaden. Ist alles gut. Ist alls gut. Ist alles gut. Aber die Ketten aus! Ja, ja! das war eine Ladung. Ich seh den Chromallil halt nicht mehr. Wo ist der hinter der Büsche stehen ne!? Ja, ich muss's gleich versuchen. Ja, das ist ein Treffer, glaube ich. Treffer, okay, mach mal weiter. Ich guck mal kurz, ob die... Ah, ich seh's nicht. Zu viel Rauch. Ich weiß nicht, ob die da drin ist. Ja, ich muss... Ne, die Fop ist nicht weg. Ich muss an die Fop dran und die Infanterie wegschießen, damit die reparen können. Jo, da brennt. Da brennt. Halt mit HE weiter rein, dass die nicht reparieren oder löschen. Die Fop ist noch neben uns. Ja, ich guck mal, dass ich die Infanterie blockieren kann, damit Ryan reparieren kann. Auf der Fop ist einer drauf. Ja, ja, ich... Der Panzer ist hinüber. Der ist nach links weggelaufen. Der sitzt jetzt hinter uns. Ich steig nach uns aus. Hinter euch mehrere Infanteristen. Warte, ich bin da, Froschi. Oh, da wollt' was anbringen. Letzte Sekunde. Sehr schön. Äh, ja, wenn ich jetzt schieße, seid ihr alle tot, ne? Mach, ich bin drin. Wenn ich da bin, sagst du Bescheid. Go away from the Fop. Ich bin da, ich bin da. So, ich geh wieder auf den Commanderplatz. Warte mal, Tigger. Ich versuch mal hier, die Leute aufzuhalten. Wir dürfen nicht vorwärts losfahren, die haben eine Minen vor uns gelegt. Oh, echt? Ja, ja, die liegen direkt vorm Panzer. Kann sie halt nicht abschärfen. Die kann man ja abschaufeln. Aber Damage haben wir eigentlich keinen. Wir haben eigentlich nur Tracks verloren. Ja, nur Tracks. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Was haben wir denn zerstört? Crumble. Jetzt macht er die Fop nicht weg, ey. Der schmeißt Granaten drauf, ist da dumm. Was ist mit den Menschen? Ich weiß ja raus. Oder? Keine Ahnung. Ne, der soll noch hier die Minen abschaufeln. Was ist mit den Menschen? Kannst du nicht angucken, was der macht. Flieger, Flieger. Das könnte es gewesen sein. Ja, fahr, Froschi, fahr. Fahr jetzt. Jetzt los. Einfach Vollgas rückwärts. Rückwärts geht. Oh nein, es geht schon. Oh, das Dreifing ran. Gott sei Dank. Okay, ich geh wieder hoch. Idiot, Alter. Schmeiß den mal raus. Tigger, schaufel mal die Minen ab. Ich hab leider keine Schaufel. Vor uns ist aber, glaube ich, schon Panzer. Warte mal. Du hast schon von alleine raus, der Typ. Hörst du was? Ne, ich hör nichts. Aber die Minen vor uns sind halt nervig, ne? Dann sind wir direkt tracked, wenn wir nicht dran denken. Nein, ich mach's da weg. Ich geh so lange an die Garten. Ja, ja. Dann sind wir gleich wieder dran gehen. An da, die FOP ist keine Gefahr mehr. Das Radio hat aber nichts ins Runde gemacht. Ey, wo ist meine Schaufel? Los, sind die jetzt schon weg? Panzer, Panzer! Haben wir weg! Heilige Scheiße. Hinter uns kommt der Puma, nicht erschrecken. Ich bin weg, oder? Ich seh' nicht mehr. Fahr vor. Ich mach Platz, wenn Tigger drin ist. Äh, warte. Ich kann noch nicht einsteigen beim Fahren. Ich hab ihn auf jeden Fall ein Hit mit ihm gegeben. Das soll auch ein Firefly sein. Ne, war ein Gromble. Gromble sollte schon destroyed sein. Der ist doch gerade vor uns gefahren, der Gromble. Oder haben wir den so getroffen? Ich weiß nicht, vielleicht hat er echt schon gebrannt. Der hat gemeint, der Puma-Typ hat gemeint, der ist destroyed. Okay. Er hat aber auch geschrien, dass wir ein Firefly tot sind. Okay. Aber ich hab auf jeden Fall irgendwas, glaub ich, getroffen. Aber wo soll denn da Firefly sein? Hm. Ich komm mal oben raus. Jetzt ist was geplatzt. Ja. Ah doch, dann hab ich ihn wohl getroffen. Sehr schön. Krass. Puma fährt vor und... Wo ist der Firefly? Lass mal switchen, ich kann markieren. Beim Puma, beim Puma. Ich seh'n. Oh ja. Oh, warte. Boah, der brennt. Jo, sehr schön. Wollen wir trotzdem hinfahren? Ne, warte mal, der kann doch noch schießen, natürlich. Stopp, stopp, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Alles gut. Turmkranz weg. Das war's. Alter, dann hab ich den Gromble aber hart getroffen. Da fährt doch was. Ah, ne, ist der Puma, oder? Der von hinten, von rechts. Ja, ist der Puma. Ja. Verstört. Nice. Guter Schoss. Okay, Firefly Rack. Haben wir jetzt grad echt den Gromble rausgehietet und dann direkt mit einem One-Shot hast du den Dings geholt? Mhm. Weil ich hab' den Gromble auch noch einmal getroffen. Sehr gut. Unten in der, wo der das Ammo-Rack hat, hab' ich den einmal reingegeben getroffen. Ja, da musst du den Gromble auch reinballern, fast unter die Ketten, da hat er sein Ammo-Rack. Nur noch Flugzeug. Da kommt ein Panzer und Firefly wieder auf Attack. Ich mach' mal Motor an und dreh' gleich ein. Okay, ich seh' ihn noch nicht. Nö, ich seh' ihn kurz auch nicht, alles gut. Bloß nicht so mit der Kanone zappeln, bitte. Jojo, ich will nur auf 12 drehen. Also du kannst ruhig drehen, da ist er rechts auf Attack. Ne, seh' ich nicht. Warte, warte. Genau Attack Mark. Steht der? Mitte vom Panzer. Ja, der steht. Hit. Gut. Motor raus. Ah, jetzt seh' ich ihn, jetzt seh' ich. Motor beschädigt. Na, Attack ist genau wie der Panzer. Du kannst ruhig spielen. Schön. Brennt der? Motor brennt. Da brennt der Motor. Ich mach' Hit weiter drauf. Jo, alter. Ammo-Rack. Welches am? Siehst'n? Ne. Der ist, gotet uns da, ja, der kommt auf uns zu, ja. Da kommt genau auf uns zu. Hahaha. Flugzeug. Ah. Oh. Oh, big tool. Wee. Oh, GG. Vier Fahrzeuge, es waren auch eigentlich mehr, aber naja. Ne, die Anzeige ist verpackt. Ja, ja. Die Anzeige geht gar nicht mehr. Oh, war doch ganz cool. Hallo. Spaß gemacht. Ihrardan. Ja. Hey. Oh, ja. Bis zum nächsten Mal.